Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 13. Februar. Fangen wir wieder an mit unserem Tagesschart, mit den Markierungslinien vom Vortag. Wie man erkennen kann, sind wir mit einem kräftigen Gap Up in den Handel gestartet. Dieses Gap, das habe ich hier mit dem Kreis markiert, das sollte auch wieder geschlossen werden. Insofern ist damit das Rechnen, dass der Index auch wieder runterkommen wird und hier nochmal den Bereich der alten roten Markierungslinie um 11.030 Punkte bzw. 11.000 Punkte hier anläuft und darauf deutet unter anderem auch hin, diese kleine Tageskerze praktisch ohne Kerzenkörper und dem langen oberen Docht. Das ist eben ein Schwäckesignal nach einer Aufwärtsbewegung, die eben auf wieder fallende Kurse hindeutet. Die Markierungslinien waren nicht anwendbar, weil wir eben mit einem Gap in den Handel gestartet sind. Bei Gaperöffnungen nach oben oder nach unten sind diese Markierungslinien in der Regel nicht anzuwenden. Der Trendindikator geht weiterhin von einem Short-Trend aus, von einem Down-Trend aus und da hat sich auch noch nicht viel geändert. Auch für den heutigen Mittwoch befinden wir uns weiterhin im Short-Modus und ich rechne damit, dass wir in Kürze hier diese Aufwärtsbewegung beenden und dann wieder nach unten tendieren. Gut, wir machen dann weiter mit den Markierungslinien für den heutigen Mittwoch. Wir sind weiterhin im Abwärtsmodus, der Kreis ist weiterhin rot, ist noch nicht auf blau gedreht und ja, wir hatten schon darüber gesprochen gerade hier. Wir haben dieses Gap nach unten, damit haben wir die dunkelgrüne Markierungslinie bei 11.040 Punkten für den heutigen Mittwoch, dann die hellgrüne bei 11.100. Damit ergeben sich mögliche Long-Chancen hier in dem Bereich, also ungefähr einer Spanne von 60 Punkten ungefähr, von 11.040 bis 11.100. In diesem Bereich könnte man auf Long-Chancen spekulieren und sehen, wie sich der DAX Intraday verhält. Die rote Markierungslinie befindet sich dann bei 11.170 über dem Vortageshoch und die dunkelrote dann bei 11.200 Punkten der wichtigen Marke. Über diese Marke von 11.200 Punkte sollte der DAX nicht ausbrechen, dann würde sich nämlich das mittel- bis langfristige Bild wieder ändern und aufhellen und dann wäre höchstwahrscheinlich von weiter steigenden Kursen auszugehen. Das hängt auch davon ab, ob der Index sich dann hier über diesen Bereich halten kann oder ob wir nur einen Fehlausbruch nach oben haben und dann wieder direkt nach unten abtauchen. Gut, sollten wir weiter nach oben tendieren und dieses Vortageshoch nochmal überschreiten, dann würden sich hier in dieser engen Spanne von 11.170 bis 11.200 Punkten Long-Chancen ergeben, die man dann vielleicht bei 11.230 Punkten ungefähr absichern könnte, also einen sehr engen Stopp dann verwenden. Und aktuell sieht eben die Schadlage so aus hier mit dieser Vortageskerze und dem Gap nach unten, dass wir wieder nach unten abdrehen werden, wie erwartet und wir uns einfach nur in einer Aufwärtskorrektur befinden im übergeordneten Abwärtsmodus und wir dann eben wieder Kurs nehmen hier auf 11.000 Punkte und 11.000 Punkte dann unterschreiten und dann weiter abwärts tendieren Richtung 10.800 Punkte hier, wo sich dann unter 11.000 Punkten die nächste Unterstützung befindet. Gut, dann zum Ende nochmal hier ein Blick auf den Wochenchart, den kennen wir ja. Wir haben weiterhin hier die rote, die dunkelrote Markierungslinie bei 11.130 Punkten, die rote bei 11.000 Punkten und das ist auch aktuell die Spanne, in der wir uns hier in etwa bewegen. Wir sind hier auch direkt am Vortag an dieser dunkelroten Markierungslinie abgeprallt, also wir haben diesen Widerstand hier nicht nachhaltig nach oben brechen können, sind dann eben mit 11.126 Punkten aus dem Handel gegangen, also praktisch direkt an dieser roten Markierungslinie und im optimalen Fall drehen wir hier eben wieder nach unten ab, nehmen dann Kurs auf 11.000 und brechen dann nach unten durch und dann beginnt die längere Abwärtsbewegung Richtung 10.600 Punkte, wo sich dann die nächste Auffangmarke, nämlich die hellgrüne Markierungslinie, im Wochenchart befindet. Gut, dann wären wir wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel. Wir befinden uns aktuell wieder in einer spannenden und heiklen Lage. Brechen wir doch nach oben durch über 11.200 Punkte oder drehen wir wie erwartet nach unten ab und durchbrechen dann auch die Marke wieder von 11.000 Punkten. Ich melde mich wieder am morgigen Donnerstag dann mit dem ING Markets Morning Call und dann je nach Verlauf mit Kommentaren unter dem Video. Und sollten wir morgen früh dann höchstwahrscheinlich dann wieder mit einem Gap eröffnen, nach oben oder nach unten, dann werde ich Ihnen unter dem Video im Kommentarbereich auch nochmal die neuen Short- und Long-Bereiche nennen. Gut, also noch einmal viel Erfolg im Handel und bis morgen. Gut, also noch einmal viel Erfolg im Main